Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 22. Juli, Freitag, Wochenabschluss und wir wollen mal sehen, was die Märkte uns heute so darbieten. Die EZB-Sitzung am gestrigen Handelstag war ja ernüchternd, so richtige Impulse haben wir ja nicht bekommen und letztlich der Markt auch relativ schwankungsarm, obgleich hier das Setup vom EURUSD unterhalb von 1.10 und da hangeln wir uns gerade so ein Stück weit dran, weiter bärisch bleibt, richtig positiv werden, ohnehin erst Preis über 1.155, doch um den Euro gegenüber dem US-Dollar soll es jetzt gar nicht gehen. Wir haben den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Fokus und da fangen wir mal gerade in der Woche an, um uns mal das große Bild anzuschauen. Wir sehen hier die Vorwoche sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr heftig nach oben gelaufen, oberhalb der 100-Yen-Marke, das ist auch ein Interventionspunkt, der immer wieder interessant ist für die Bank of Japan, die denn eben hier definitiv kein Interesse daran hat, dass hier der Yen weiter aufwertet und ja, man möchte meinen, in der Vorwoche waren einige Interventionen auch am Start, die Kerze zumindest sehr, sehr dynamisch. Diese Kerze hat hier wohl bemerkt die Kerzen der letzten drei Wochen, zumindest vom Kerzenkörper her betrachtet, komplett relativiert. Es war ein jahrzehntestarker Anstieg, also sowas hat man nicht oft gesehen und das innerhalb einer Woche ist wirklich eine Hausnummer. Also solche großen Kerzen sieht man nicht immer und auch nicht in der Regel, deswegen kann man hier schon mutmaßen, dass ähnlich wie hier zuletzt auch zum Beispiel im Oktober 2014 schon relativ starke Kräfte am Werkeln waren. Grundsätzlich aber hier die Zone zwischen 100 und 155 hier als Rechteck auch definiert. Eine Zone, in der sich das Werbungspaar mehr oder weniger jetzt aufhält, aufhalten kann. Nun, jetzt gab es in der laufenden Woche, das sehen wir hier an dem Schatten nach oben auf diesem Candlestick, dass die Preise auch schon in Richtung 108 ging. Das Hoch lag hier bei 157. Die Frage eben jetzt, wie geht es weiter? Grundsätzlich haben wir hier übergeordnet natürlichen Abwärtsimpuls laufen, der sich hier seit den Hochs aus 2015 ableiten lässt. Das Ganze hat sich dann hier auch sehr schön visualisierbar durch eine Trendlinie relativ beschleunigt. Und wenn wir hier eine Trendlinie auflegen, gerade mit Sicht hier auf Wochenbasis, dann wird deutlich, dass wir hier einige Auflagepunkte haben und hier punktuell an diese obere Deckel der Trendlinie herangelaufen sind. Der blaue Tendenzpfeil in Sachen Erholung hat hier seine Relevanz. Wir nehmen jetzt mal den Pfeil komplett raus, diesen Pfadpfeil und stellen entsprechend das Szenario, da was ich jetzt aktuell präferieren würde und das sieht eben so aus. Ich erwarte durchaus einen schwächeren Yen, vielmehr einen stärkeren Yen, so rum, der hier den US-Dollar nach unten drücken dürfte. Technisch sieht das so aus. Wir haben eine relativ starke Bewegung gesehen und wenn die Märkte jetzt wieder in einen Korrekturmodus übergehen könnten, dann dürfte das auch wieder das Kapital in den Yen treiben und hier den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen entsprechend schwächen. Das sieht auf jeden Fall danach aus, dass es passieren könnte. Technisch haben wir hier eine gute Ausgangslage, die jetzt weiterfallende Preise begünstigt. Das wäre erst relativ, wenn wir hier praktisch über die 108 rausziehen. Wenn das kommt, dann haben wir sicherlich noch einiges mehr in Erholungspotenzial, aber aktuell wie gesagt eine sehr, sehr interessante Konstellation. Das Ganze wird auch noch auf Tagesbasis unterstrichen. Das schauen wir uns jetzt an. Leider kann ich den Seasonal Chart nicht zeigen. Schauen Sie sich dazu einfach eine der letzten Divisenradarsendungen an, wo wir auch den Seasonal Chart zeigen, aber ich kann Ihnen zumindest erklären, dass die Saisonalität für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen sehr, sehr bärisch daherkommt. Das heißt, das passt ins grundsätzlich aktuelle Bild. Wir haben jetzt hier den Tagesschart in Heiken-Naschi-Kerzen gedrängt. Da sehen Sie hier diese Trend-Folge-Kerzen. Und diese verweisen auch inklusive dieser Trend-Linie, die wir auch hier sozusagen im Tagesschart anlegen können, verweisen diese Heiken-Naschi-Kerzen immer auf Trend-Folge-Bewegungen, die sich entwickeln können. Weiße Kerzen bullische Bewegungen, schwarze Kerzen bärische. Und wir sehen heute hier, nachdem es gestern eine Art Heiken-Naschi-Doji-Kerze gab, eine Art Unsicherheitskerze, sehen wir heute hier eine schwarze Kerze. Und wenn es heute kein positiver Tag werden sollte und wir praktisch hier keinen Kerzen doch nach oben sehen, dann haben wir hier nach Heiken-Naschi-Strukturen hier ein ganz klares Verkaufssignal vorliegen und das innerhalb dieser Abwärts-Trend-Bewegung, also praktisch ein Trend-Folge-Signal. Das lässt sich auch hier mal symbolisch durch den Rainbow mal kurz darstellen. Das übergeordnete Momentum hier im Sinne des Rainbows, der hier praktisch multiple kleidende Durchschnitte darstellt, die praktisch separieren und kontrahieren oder sich sozusagen zusammenziehen, mehr oder weniger. Und das Ganze ist genau der Punkt, wo man immer wieder feststellt, ob Momentum sich aufbaut oder nicht. Und wir haben hier eben zuletzt gesehen, dass sich die Preise erholten, sozusagen die tieferen, kleineren Durchschnitte schon wieder nach oben arbeiteten. Aber hier dieses große, schwere Momentum, man spricht auch hier von den längerfristigen Tradern, die haben sozusagen das Heftpflaster noch in der Hand und wirken noch negativ drückend von oben. Das heißt, grundsätzlich kann sich jetzt auch hier praktisch der Trend wieder fortsetzen, so wie das auch der blaue Tendenzfall hier vorsieht und entsprechend eine fallende Preisbewegung Einzug halten. Das sieht, wie gesagt, ganz interessant aus. Ist aktuell ein sehr, sehr schönes Level, um hier auch einen möglichen Short zu starten, der hier über mehrere Tage in Richtung Swing in Richtung 102, 100 Yen laufen könnte. Wie gesagt, der Rainbow untermauert praktisch die negative Struktur. Wir haben technisch gesehen auch hier eine Abwärtstrendlinie und wir haben hier, das sehen wir in dieser Ellipse, zwischen 106 und 108 Yen etwa sozusagen einen Kreuzwiderstand. Einerseits aus diesen Horizontallevel-Ebenen, die wir hier haben und andererseits natürlich durch die Trendlinie und den kleidenden Durchschnitt EMA 100, der auch durchaus immer wieder mal Beachtung findet. Aber ein Durchschnitt macht hier auf jeden Fall keine große Bewegung aus. Grundsätzlich machen wir den Rainbow mal kurz raus, klären wir das Bild wieder ein bisschen. Ist jetzt die Situation, die, wenn wir hier praktisch die Fortsetzung von schwarzen Heiken-Naschi-Kerzen sehen, dann passt das ganz gut. Zumal auch hier das 61,8er Fibonacci-Level sozusagen diese Impulsbewegung übergeordnet abwärts, jetzt korrektiv nach oben, auch hier praktisch einen Erschöpfungszustand darstellt und deswegen hier eben der Kreuzwiderstand, der sich hier, wenn weitere schwarze Kerzen folgen, sozusagen Trendfolgen entsprechend auszahlen dürfte. Alles hinfällig, sobald wir über 108 gehen. Das muss man wissen, aber US-Dollar hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wie gesagt, die Saisonalität, die zeigt einfach mal in eine Richtung und die ist praktisch so orientiert. Ja, weil ich jetzt hier den Seasonal Chart leider nicht am Start habe, die Software macht Probleme. Aber das ist kein Problem, weil wir können hier praktisch die Bear-Steps mal sozusagen vollziehen. Die Saisonalität weist ganz klar nach unten und da gibt es auch keinen Rütteln und insofern dürfen wir mal gespannt sein, wie die kommende Woche denn ausgeht. Also Tatsache, spannende Situation, technisch auf Swing-Basis ein sehr, sehr schönes Setup. Warten wir mal ab, ob der Markt einem den Gefallen tut und hier auch entsprechend in die Richtung läuft. Wir wissen es letztlich nicht, wir können es nicht wissen, aber zumindest können wir hier Chancen-Risiko-Verhältnisse abmessen und das will ich Ihnen nochmal zeigen. Pauschalität mal im Bereich 106. Yen theoretisch hier ein mögliches Risiko mal definiert. Im Bereich 210 Pips knapp 2% wäre jetzt hier ein theoretisches Risiko und die Chance knapp um 106 ausgehend. Je nachdem wie tief es geht, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir auf jeden Fall in Richtung 102, eher noch 101, 100 laufen. Würde sich dann hier entsprechend so darstellen, dass wir hier ein sehr, sehr interessantes, rein optisch schon mal klar definierbares Chance-Risiko-Verhältnis haben, was zu unseren Gunsten sprechen könnte und insofern mal abwarten, ob der Markt einem hier den Gefallen tut. So dann, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Radar. Wenn Sie mögen, dann auf jeden Fall nächste Woche Montag gibt es die nächste Sendung, überdies einige Webinare mehr noch in der nächsten Woche. Ich freue mich auf Sie, wünsche Ihnen jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut rein, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.